Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3 Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Ja, mein Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3 Hier findet offenbar eine Nebenquiz statt Also beim nächsten Mal haben wir Nebenquiz wie Heu gemacht Und warum finden wir diese Idioten wieder? Oh, nicht ganz falsch, was er sagt Ah, ist irgendwo richtig? Okay Jetzt lernt er kochen Vielleicht habe ich diesen Nektar Wo? Ich mache das jetzt nicht zu meiner aktiven Mission Ach, wir haben sogar direkt das Zeug Okay Nee, bestimmt nicht Also eigentlich wollte ich heute nicht mit Nebenquisten anfangen Ich will heute mit der Hauptstory auf jeden Fall weitermachen Ich finde, weil Nebenstory haben wir lang genug jetzt gemacht Warum sollte ich da jetzt drauf schmieren? Da ist ein großer Käfer Neben der Seide, ne? Nehmen wir mal das Insektenblatt Ein süßes Mod tun Okay, dass sie kann was Ein bisschen Peng, peng, balabala Ein wird draufkloppen Es wurde umgeworfen Reif mich an Und dort Äh Bin ja mal gespannt, wie das schmeckt Ich bin ja mal gespannt, wie das schmeckt und schmeckt wahrscheinlich besser als man denkt es ist auch gut zu finden auch mann wir durften nicht probieren aber wenigstens haben wir Silbermünchen bekommen da wollte ich hier nur hin, weil hier auf jeden Fall eine Questa und ich die zumindest schon mal annehmen wollte aber wenn wir sie eh instant abschließen konnten, macht das ja auch keinen Unterschied auf jeden Fall, ich will von Kolonie Tau aus, ich will halt von Dort aus, falls ich Nebenquesten annehmen kann auf jeden Fall jetzt mit der Hauptstory weitermachen weil wir haben jetzt, wie viele Parts jetzt mit der Nebenstory verbracht ich glaube, 10 waren es ungefähr ich blende einfach eine Zahl ein ich nehme natürlich die Informationen von hier mit ein weiteres Gesprächsthema wurde freigelegt so, hier ist nochmal Informationen in jeder Kolonie müssen wir irgendwas mit dem Wegweiser machen was machen die denn alle? okay, es waren nur zwei Informationen, die können wir uns ja zumindest schon mal eben kurz anhören sind das beides Questen oder nur das eine? es sind beides Questen, die ich irgendwann machen werde beide mit Juniper im Team dann besprechen wir mal okay okay hmm Hmm. Hmm. ach dann dürfen wir helfen so die werden wir aber nicht sofort machen die werden wir bei der nächsten nebenquest tour erledigen diese beiden nebenquesten die wir jetzt gerade erhalten haben wir wollen jetzt heute ja wirklich mit der story weitermachen deswegen hole ich jetzt nicht juniper ins team und die rutschi haben so viele nopo münzen lässt sich schon automatisch verkauft werden so den main darüber läuft ja nicht viel rum kurz ums eck schauen hier ist eine ethersphäre der teil und sprich weiter ich schlange ich aufgeregt etwas ausgespuckt eine liebe flosse ok darunter will ich er war unsichtbar das phantom jetzt läuft der angreifer kriegen wir schon wieder neuen charakter ich wollte gerade sagen hat er keine musik eine musik ich kann nichts ist 034 die man locker fertig das nur ein anzug ist würde ich sagen da kriegen wir wirklich wieder neun helden und noch mal der wede hohen und eine kette doch nicht ok einfach abgeschlossen indem ich gekämpft habe das war mal die leichteste nebenmissionen aller zeiten da sehe ich wieder lecker hier ist schon wieder so eine supply ohne juniper würde man gar nicht weiterkommen ist eine schöne gegend auf ins gefecht ja was ist denn wie braucht ihr denn bitte ein lager solange wir was abbekommen die Gah! Die Food ist völlig verletzend! Meine Nana noch nicht so viele Füße von Stomach! Ich habe nur gesehen, dass du in deinen Scheinen hast. Die Rationen sollten sich auch beurteilen. Meine Nana war mehr als du heute an. Die Tüme war sehr grummig! Nicht viel wir können, aber nicht jetzt. Manana, schau, wir haben noch ein Weg zu gehen, also du musst dich verwendet werden, okay? Ja! Yes! Oh, the food's completely gone! What's up? What's wrong? What did you say was gone? I think she was yelling about food. No way. For real. Friends sure did not just put elsewhere and forget. Nuh-uh. I'm positive it was right here. Indeed. I checked it myself before I turned in. Don't tell me someone scoffed the whole lot. Ugh, no way. Nuh-uh. Nana will leave no plate unpolished. That awful, false accusation! Not even Nana ever stooped to such crude, vulgar behavior. All right, all right. We get it. Just chill out already. Manana refused to become frosty. This now matter of honor and dignity. For starters... I know Manana was feeling a bit peckish, but she can't have eaten up the lot. So who then? Riku. That guy barely eats at all, right? Indeed. Riku practices ancient Nopon art of restraint. Hey, check it. Manana, do not... A feather? But what kind? I found tracks here. Nobody's blaming you here, Nana. These footprints... I think they're... Turkin. Mystery solved, then. A Turkin feather. So... They raided our supplies. Lands can stop apology. Honor and dignity of Manana left in tatters for a vile and faceless accusation. Come on. Please, lighten up already. All accusations aside, we're really strapped for food. Guess we'll have to go foraging. I concur. Luckily, this area is pretty bountiful all in all, so we might not be too hard-pressed. Well, better get to it. Right. Okay. Anyway, that clearly too much eat. Manana is bottomless pit. Meh-meh? What? Will Habriku know Manana is stinky eater? Not denying. Lies and deceit. On this day of days, Manana will have retribution! Looks like we've got ourselves a runner! Slipped out from the castle! Is this okay? He could get in touch with Ouroboros. Won't that impact our previous arrangements? Not to worry. If he does make contact, they'll come. Heh heh. Really? Ouroboros are. Simply like that. Hmm. Well, if you say so, we can probably take your word. Right, O? Hmm. Certainly. As you say, P, we probably can take his word. What for fiese Truthähne! Haben alle tief und fest geschlafen. Habe ich nicht genügend espals schon dabei. Bye! Das Essen läuft weg! Die Tote in der Frage, ob wir unser Essen zurückbekommen, ist keine Option. Okay, dann kommt ihr. Ja, dann kommt ihr. Oop, sie haben uns gefunden. Ich muss eh euch alle drei bekämpfen. Also los! Was... Dann müssen wir unseren Freund von Kolonie 4 noch irgendwann helfen. ich habe den vogel nebenbei erwischt und ich glaube sie ist runtergefallen und ihre heile sind da wenn ich gleich noch mal verprügeln aber erstmal müssen wir unsere heile wieder haben oder war ich habe keine Ahnung 30% besser als Leading Brand! Was ist mit Leading Brand? Ich verstehe, dass wir weniger als Agnians sind, also wir brauchen das, um mehr auf einen Eben-Foothing in den Kampf. Aber... Freunde sagen aber, warum aber? Wir brauchen einfach OOMF! Wie, KAPOW! Die Sound-Effekte nicht helfen, Komprähenzion. Oh, du weißt... Wie das Doodad, Noah hat. Doodad? Ujima Flip! Weißt du was, ich meine. Nicht zu mir sagen. Welchen Freund wollen Sie für das? Uh... Ich... Nicht auf Ihren, bei einer Chance. Wenn das so, Riku muss man passen. Oh, komm! So Riku ist richtig. Gut. Auf Wiedersehen. Dieser Plan von Lanz. Nicht zufrieden. Wissen Sie es? Uh... Machen Sie eine Entscheidung, ohne Anliegen zu konsultieren? Schmerzen. Aber er ist unser... Enemie. Und wer will das entscheiden? Joran immer sagen selbst? Er ist ein Enemie? Er ist nicht. Ich habe es. Im Absatz zu einer komplette Bildung? Well, aber... Er ist anders. Also, nachdem ich einmal einmal, Lanz machte sich ein Geist? Er ist nicht so, was wir tun? Er ist nicht so, was wir tun? Er ist nicht so, was wir tun? Er ist immer weiter. Wie wird das alles lösen? Ich sollte niemals fragen. Er ist auch... Dödat, nicht so, wie es. Okay, Pilze sammeln. Und irgendwo hier... Ich ne Hülle da. Zeit, um das richtige Ding zu tun, eh? Ich wundere, was hier ist. Oh, da kann ich einen Baum hochklettern. Ich kann hier viele Bäume hochklettern. Hey, schau. Das ist ein wirklich unbekannte Baum. Ne? Oh, Wunderer say! Ich kann nicht glauben, ich... Es ist Print of Legend, Bright Fig! Bright Fig? Was ist ein Bright Fig, wenn es zu Hause ist? Lass mich sagen. Sie sind schade, sie sind schade. Oh, das ist schade. Das ist schade. Das ist schade, dass Freunde kommen von der Bühne aus dem Boden für Wochen. Uh-oh. Was ist das? Sie sind schade oder was? Tragedie, Strike! Sie sind nicht gut für plüten, wenn es zu essen ist. Wenn es zu essen ist, wenn es zu essen ist, schade, 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 schade. Huh? Ich weiß nicht, sie sind gut genug für mich. Schade, 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 und schade, auch nach dem Full Yellow. Sie müssen noch ein Jahr noch warten, bevor wir das besuchen. Das ist zu lange. Mann, so viel für das. Keine Ahnung, Sie können immer wieder zurück zum nächsten Jahr. Es ist legendär, nicht? Sie wollen nicht missen. Ich glaube, wir müssen. Aber, Mio, ein Jahr nachher... Und jetzt? Hm. Selbst wenn ich nicht kann es machen, Sie können noch ein bisschen Warum würden Sie... Woah. Liebe, Sie müssen uns zu stoppen zu sein. Sie werden einfach alle fühlen zu schulden. Oh, sorry, sorry, bitte nicht mich. Nicht mich, sie sagt. Natürlich werden wir dich, doll. Hey, wie kannst du so so casual über das? Was bedeutet casual? Ich versuche dir, ich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich flustert. Du wirst nicht so sehen. Wenn es so bei dir sieht, dann, das ist, weil ich überhaupt nicht hier sein muss. Was bedeutet das? Das Leben ist ein von einem liebsten Freund. Das sollte ich sein. Ich sollte da sein. da sein. Das ist Das ist nicht wirklich ich. Ich bin nur auf ihr Zeit. Vielleicht ist das das. für dich. Ich weiß nicht, ob wir uns sind. Ich weiß. Wenn wir Interlinked sind, kann ich eine Glimpse sehen. Inferno, Destruction, Land Screamin. Ich weiß seine Erinnerungen. Was, wenn... Beide ich mit mir. Das Freund von deinem, hat er gezeigt, wie Euren. Wie ein Feind? Wie ein Feind. Wie ein Feind. Ich denke, ich möchte wissen, wie Lanz. Einfach, warum? Entschuldigung. Ich wusste. Warum ist es, dass du dein Leben für meine? Warum? Du könntest du länger selbst leben, Miyabi. Warum hast du das gemacht? Also, ihr Name war Miyabi. Entschuldigung. Ich denke, es ist ein Sensitive subject. Es ist lustig. Ich dachte, ich hatte es all locked down. Danke. 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 Ich denke, es ist ein Grund. Ich würde es akzeptieren. Die Faktos. Whatever die Wahrheit sein. Und das ist es. Keine Rückwärmung. Danke. 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 Ich würde mir sagen, das weitere Futter, das suchen wir beim nächsten Mal weiter. Die Folge ist bei mir schon recht lang. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Den nächsten Abonnenten bleibt da. Und ich würde sagen, wir würden sehen uns beim nächsten Mal weiter. Tschö, Leute. Tschö, Leute. Tschö, Leute.